Hallo liebe Fittorial User! Da ich eine intelligente Möglichkeit gefunden habe, mein Knie zu kühlen, das ist eine ausgetüftelte Luftkühlung, möchte ich mir jetzt die Gelegenheit nicht entgehen lassen, euch noch ein kleines Anfänger-Tutorial mit auf den Weg zu geben. Wir gehen mal ganz kurz die Basics durch. Also erstmal das Board. Was habe ich hier? Ich habe einen F2 Eliminator, das heißt einfach nur, das ist ein relativ hartes Brett, das biegt sich nicht so sehr. Da gibt es verschiedene Boards, die haben verschiedene Wellungen, verschiedene Härtegrade. Als Anfänger, ich würde immer sagen, wenn du das erste Mal Snowboard fährst, Mitte Mitte ist immer gut. Mittelhart, nichts ganz Weiches wie so eine Banane, die so rumleiert, nichts völlig Bretthartes. Wenn du das erstmal auf dem Board stehst, einfach was Mittelmäßiges nehmen. Nicht mittelmäßig, sondern einfach von dem Härtegrad her. Ansonsten Fußstellung, man muss rausfinden, welcher Fuß vorne ist bei einem. Also rechter Fuß vorne Goofy, linker Fuß vorne Regular oder eben so die Füße in beide Richtungen. Dann nennt sich das ganze Duck-Style. Man kann da verschiedene Tests machen, so mit nach vorne fallen lassen und gucken, welcher Fuß zuerst reagiert oder sich überlegen, wie man Skateboard gefahren ist. Ich empfehle ganz einfach, schraubt eure Bindungen mal parallel aufs Board. Also ich zeige euch das mal, dass es so relativ parallel ist und dann stellt ihr euch an den Hang und dann merkt ihr relativ schnell, wo ihr euch wohler fühlt. Ich zeig das einfach mal. Ihr fangt so an und jetzt muss ja eine Seite nach vorne kommen. Entweder machen wir mal rechts nach vorne oder links. Und bei mir war das eigentlich innerhalb von Sekunden eindeutig, dass wenn ich den rechten Fuß vorne habe, ich mich einfach 30 Millionen Mal wohler gefühlt habe. Somit war eigentlich klar, ich bin Goofy-Fahrer. Nach einer gewissen Zeit, wenn man sehr viel fährt, dann will man aber auch eigentlich beidseitig fahren können, weswegen dann viele die Füße parallel machen oder Duck-Style. Das heißt, dass wir egal in welche Richtung wir fahren würden, den Fuß immer in die Richtung, in die wir fahren, auch der Fuß auch hin zeigt. Das ist auch jetzt schon die erste Übung, die man als Snowboard-Anfänger macht. Den Hang runterrutschen. Das sieht so aus. Einfach an den Hang stellen, und so runterrutschen. Wenn man das gut kann und nicht wegrutscht, dann ist die nächste Übung gerade stellen, wieder quer stellen, gerade stellen, quer stellen. Das macht ihr dann auch wieder so lange, bis ihr euch wohl fühlt. Und dann kommt der Punkt, der eben ein bisschen die Überwindung kostet gerade als Anfänger. Das ist, wenn die Schnauze sozusagen einmal über den Punkt hinaus auf die andere Seite dann kippt. Das sieht dann so aus. Und dann so rumrutschen. Und so rumrutschen. Und das macht ihr dann eigentlich den ganzen ersten Tag. Vielleicht sogar noch den zweiten. Und dann merkt ihr irgendwann, dass das Rutschen immer besser hin und her geht. Und dann versucht man, die Rutschphasen immer kürzer zu halten und dafür die Bogenphasen sozusagen länger zu gestalten. Könnte dann so aussehen. Und das ist es eigentlich schon. Mehr ist es nicht. Und irgendwann traut man sich dann auch mal ein bisschen mehr Gas zu geben und die Bögen schneller zu machen. Und eigentlich gar nicht mehr, ja, da sage ich euch jetzt was, gar nicht mehr zu rutschen. Wenn es steil wird, rutsche ich auch noch relativ viel. Jetzt versuche ich immer von einer Kante auf die andere. Und damit das Ganze schöner aussieht, fängt ihr dann irgendwann an, immer die Knie gegeneinander zu drücken. Aber das ist dann schon advanced. Das ist jetzt erstmal als Basic Tutorial gedacht. Rausfinden, welcher Fuß muss vorne stehen. Mittelmäßige Fußstellung, also beides parallel am besten, rausfinden und dann anfangen zu rutschen. Und dann sage ich mal viel Spaß bei diesem geilen Wetter. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.